Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rolldown mit mir, dem Guy Schimmel. Und ja, bald ist Rumble Zeit, aber bevor es in den Rumble geht, bevor es in den Rumble geht, kann ich hier mit meinem zweiten Account endlich mal Chapter 25 auf Gold abschließen. Bedeutet, es gibt jetzt eine weitere Lodgy. Juhu, jetzt muss man es noch schaffen. Wäre natürlich jetzt mega peinlich, wenn mir das nicht gelingen würde, aber das glaube ich nicht. Glaube ich beim besten Willen nicht. So, also dann legen wir mal los. Wir fangen jetzt mal an mit der Ring-In-Karte. Ring-In-Ring-In-Ring-In-Karte. Jetzt habe ich natürlich hier echt einen Schrott-Start, muss man einfach mal so sagen. Der Start ist jetzt nicht gerade das Beste. Stand, das wäre der Toga-Bill. Der Toga-Bill ballert auch ganz gut, ne? Den nehme ich jetzt auch mal. So, ich muss erstmal zusehen, dass ich hier irgendwie... So, da hätten wir ein Gewehr. Das wäre der Yacht-Club. So, und jetzt hier hinten machen wir einfach mal weiter. Komm, da packen wir. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Und damit, Baby, gibt es eine weitere Lodgy. Juhu, und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Das ist erstmal eine Ring-In-Karte. Jawohl. Eine Ring-In-Special-Karte. Und jetzt haben wir den Goldmeister mit dem zweiten Account. So, und was kommt jetzt bei raus? Ja, wöhm. Hallo. Es wäre schön, wenn sich der R-Server jetzt erholen würde. Ja, ich befürchte, dass das Ding wieder keine Lust hat. Der sagt sich wieder, mach du mal, du Ochs. Ich habe keine Böcke mehr um die Uhrzeit. Ich bin schon am Vatertag. So, aber, mein Freund, da hast du deine Rechnung ohne mich gemacht. Du kniesknaddelö. So was ist nie los jetzt. Könnte das mal sein, dass jetzt hier, es kann doch nicht wahr sein. Ich will, mach gerade mal ein 2-Minuten-Video. Und dieser blöde R-Server, der hat wieder nichts Besseres zu tun, als hier einfach mal so abzustürzen. Ja, hier kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt macht ihr den Scheiß hier an, ey. So, da ist er wieder. Jo, ja wunderbar, da ist er, der R-Server. Und jetzt geht's los. Jetzt holen wir uns die, jetzt haben wir die Goldmeisterstufe. Und mit der Goldmeisterstufe gibt es eine Legendary. So, jetzt bin ich erstmal auf einer Power-Tucket-Patriot-Ale. Hätte ich mir jetzt zwar was anderes gewünscht, aber das macht auch jetzt nichts. Und die Frage war jetzt erst vor kurzem gewesen. Wie komme ich denn an die Golden Turds ran? Und dann zeige ich euch das jetzt mal hier. Hier haben wir einen morgigen alten Mann. Ich hab' ja da oben 70, ne? Da kann ich jetzt einfach mal hier auf Auto-Farming gehen. Und dann hol' ich mir hier einfach noch ein paar Turds ab. So, übrigens, Gilde 1 und Gilde 2 sind noch auf der Suche nach neun aktiven Spielern. Wenn ihr Bock habt, ist ja jetzt wieder Rommelzeit. Dann mach doch einfach mal, guck doch einfach mal rein. So, such nach sofort und gleich. Y-Tay. So, das ist scheiße, was ich hier mache. Ich hätte mir vorher die Werbung angucken müssen. Jetzt krieg' ich hier immer nur zwei Stück. Das ist doch viel zu wenig hier. So ein Käse. Ja, dann guck doch einfach mal rein in die YouTube. Na ja, so. Da krieg' ich immer nur zwei. Das ist Käse. Das macht mir keins Spaß. Aber für das andere bin ich zu schwach. Zehn mal zwei, wenn aber auch 20. Würde sich eventuell lohnen. Aber da müsste ich mir vorher mal die Werbung anschauen. So macht das keinen Sinn. Nicht? So. Jo, das war's jetzt von diesem Video. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz gucken. Wir noch mal an mein Deck rein. Und dann schauen wir doch einfach mal, was ist denn da so los. Also, das wäre jetzt hier eine Pautaket Patriot. Kann die irgendwie, könnte die Sinn machen, mit dem Malteser Liger. Hm, ich weiß es gerade nicht so wirklich. Bin ein klein wenig irritiert. Na, gucken wir mal da rein. Hier nicht? Da ist sie. Oh ja, gut, mit Peter ist das natürlich gut. Also, ist innerhalb kurzer Zeit Herr Hasenkostüm, Pautaket Patriot Hale und der Peter bekommen. Die habe ich ja noch nicht mal erforscht. Verdammt mich noch mal. Mit meinem zweiten Account. Geht schon ganz schön ab hier. So. Wie viele Legis habe ich denn jetzt da überhaupt? Eins, zwei, drei. Was war das jetzt? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn Legendaries. Ja, das könnte langsam interessant werden. Ich glaube, so viel habe ich noch nicht mal mit meinem ersten Account. Kann das sein? Wie viele habe ich denn da, wenn ich da reingucken tue? Da habe ich gerade mal 15. Eine wenige. Das ist echt crazy. Ich sage ja, mein zweiter Account wird noch besser als mein erster. Mit dem habe ich auch einfach mehr Glück. So. Yo. Leute, 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 Leute. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, uns zu verstärken, dann macht einfach, sucht nach sofort und gleich YT. Ich werde jetzt wahrscheinlich Gilde 1 aufmachen. Und dann gucken wir mal, wer da joinen tut und tate. Gilde 2 ist offen. Da, wenn ihr einfach Bock drauf habt, dann joint Gilde 2. Da wird es nochmal mit Sicherheit auch interessant werden. Ja. Wer natürlich in Gilde 2 richtig durchzieht, hat immer die Chance, in Gilde 1 dann mit reinzukommen. Jo. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal ein Like da. Schreibt mir das in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, die man gleich, ich bin heute auf Fadetags paddeln. Und zwar auf wilden Gewässern. Ich bin beim Wildwasser Rafting Man. Ja, und solltet ihr irgendwie heute Abend nichts mehr von mir hören, dann bin ich wahrscheinlich nicht, ähm, versoffen, sondern dann bin ich wahrscheinlich abgesoffen. Dann ist mein Kahn gekendet. Und ich bin wahrscheinlich irgendwo an einem wilden, reißenden Fluss, an einem Stein zerschmettert. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Schauen wir einfach mal, wie es wird. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.